Theodoschen war ein hellenistisch-jüdischer Gelehrter des 2. Jahrhunderts nach Christus. Er verfasste eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Leben Laut Irenaeus von Lyon, der von Eusebius zitiert wird, kam Theodoschen wahrscheinlich aus Ephesus in Kleinasien. Er soll den jüdischen Glauben angenommen haben, nachdem er zuvor Gnostiker gewesen sei. Frühe Historiker ordneten seine Übersetzung den Jahren 180 bis 190 zu. Bibelübersetzung Die Theodoschen-Version der griechischen Bibelübersetzung erscheint in der sechsten Spalte der Hexapla des Origines. Einer Version des Alten Testaments aus dem 3. Jahrhundert, die sechs griechische und hebräische Texte in parallelen Spalten darstellt. Bei Theodoschens Version handelt sich weniger um eine unabhängige Übersetzung als vielmehr um eine Revision der Septuaginta. Der frühsten griechischen Übersetzung, die teilweise aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammt. Allerdings füllte Theodoschen die Auslassungen der Septuaginta. Bestimmte hebräische Worte werden nicht übersetzt, sondern in griechische Buchstaben transkribiert. Entweder um Konjekturen zu vermeiden oder um der Übersetzung eine authentische Färbung zu verleihen. Auf die Beliebtheit der Übersetzung von Theodoschen in der frühen Kirche kann aus den dort herstammenden Fragmenten die Lücken im Septuaginta-Text des Buches Jeremia füllen und aus seiner Version von Daniel, welche an die Stelle der Septuaginta-Übersetzung trat, geschlossen werden. Diese Übersetzung wurde im 2. Jahrhundert im Hirten des Hermas und von dem christlichen Apologeten Justin zitiert. Der Austausch des Daniel-Buches war so gründlich, dass nur zwei Handschriften des griechischen Alten Testaments die Septuaginta-Version enthalten. Theodoschens Version des Buches Daniel könnte wiederum auf eine ältere Übersetzung zurückgehen, da sie an einigen Stellen erheblich von der Septuaginta abweicht. Dies betrifft insbesondere die eingeschobenen Erzählungen von Susanna sowie von Bel und dem Drachen. Eine kleinere aber bedeutende Übersetzungsvariante findet sich in Jes 7,14 EU, wobei Theodoschen µ-Epsilon µ-J-Sigma statt, wie in der Septuaginta. Pi-Alpha-Rho-Teta-Epsilon-Ni-Omikron-Sigma übersetzt wird. Die erhaltenen Handschriften des Theodoschen Textes wurden erstmals im Jahr 1875 veröffentlicht. Die erhaltenen Handschriften des Theodoschen-Ni-Omikron-Ni-Omikron-Ni-Omikron-Ni-Omikron-Ni-Omikron-Ni-Omikron.